Um es kurz zu machen. Wir brauchen Beweise, dass Feirung zu einer Splittergruppe innerhalb der chinesischen Regierung gehört. Bin ich immer noch an der Leine? Nein. Du hast die Genehmigung, Gewalt einzusetzen. Fifth Freedom bei allen, außer Feirung. Wir können es nicht riskieren, ihn auszuschalten, bevor wir die Beweise haben. Die Spielereien sind vorbei. Wir sind im Krieg. Was, wenn sie unterwegs detoniert? Der Oberst sagte, das geht gar nicht. Warum? Ist doch alles da. Aber noch nicht scharf. Es ist wirklich ein sehr komplexes System. Aber es könnte sein. Ruhe! Jetzt ist endlich. Wir müssen in ein paar Minuten fertig sein. Fischer, du wirst vor jeder Menge Türen stehen, die durch Codefelder gesichert sind. Du kannst dich nicht auf erpresste Informationen verlassen. Du musst improvisieren. Danke. 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 Das war's. Das war's. Das könnte niedrig genug sein, um einen Temperaturunterschied auf den Code-Feldern zu sehen. Es wäre ein Versuch wert. Nur durch diese Türen kommen wir weiter. Oberst, die letzten Speichersticks sind gelöscht. Machen mit den Festplatten weiter. Was ist doch kaputt? Wie können Daten aus den Trümmern bergen? Platten müssen gelöscht und zerstört werden. Jawohl. Grimm, wie sieht's aus? Ich weiß nicht, wie viel wir noch benutzen können. Ist fast alles gesäubert. Lambert, sieh mal. Oh Mist. Sie haben das Amerikium 239 gefunden. Sind gleich zurück, Fischer. Neues Missionsziel, Fischer. Da ist ein LKW-Konvoi in einem Lagerhaus auf dem Botschaftsgelände. Sorge dafür, dass er nun losfährt. Ich weiß, du hast nicht genug Sprengsätze, aber... Aber alles mit einem vollen Tank ist eine Bombe, die auf einen Zünder wartet. Muss ich auf Strahlung achten? Die Komponenten sind nicht zusammengesetzt. Es wird keine Kettenreaktion geben. Hier kommen Feierungen. Alle Einheiten, Alarmstufe Rot. Wiederhole, Alarmstufe Rot. Nicola hat uns verraten. Ich will, dass dieser Konvoi Marschbereitschaft herstellt. Zeng, Lian, wir ziehen in Kürze ab. Verlagert die Patrouille in die Haupthalle. Jawohl. Benutzt das Wärmebildgerät, Fischer. Damit kannst du mögliche Hitzesignaturen auf den Codefeldern sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es müsste einen offiziellen Befehl geben. Keine Zeit dafür. Ich muss zum Konvoi, bevor er losfährt. Verstehe. Danke. Gern geschehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020